Mach die Tür auf. Ja? Und? Ich bin ein Runner. Puh. Pow. Was? Haut ab. Ne? Freut dich das, was auf die Fresse zu kriegen? Etlich immer mal wieder Leute verprügeln hier. Oh, das ist zu tief. Viel zu tief. Ja, ja, hau dich nicht mal. Stellt er sich direkt neben mich hier? Na, freut dich das? Hast einen Keks an der Backe. Wow. Na, du Pissbirne. Wie viele Kuss sind denn hier? Okay. Planen. Einfach durchrennen. Funktioniert er auch? Ja, das ist weg. Tschüssi, Kowski. Ich bin zwar nicht da. Das war nicht der Plan. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab ne Waffe. Oh, oh. Hey. Ja. Das muss doch schon... Was? Keine Muni mehr? Ja, ja. Ach, mir vor... Alter, welcher Polizist nimmt so wenig Muniz von mir? Das geht ja mal voll nicht klar. Oh. Äh. Äh. Ja. Der Plan war gut. Die Ausführung war nur schlecht. Bewegung! Bewegung! Ja, ja. Bewegt ihr euch mal. Ich bin auch weg da. Ja. Jetzt wollte ich dem die Waffe abnehmen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Los, los, los! Los, los, los! Was? Ich hab doch gedrückt. Ui. Hä? Hab ich was verpasst? Uah. Okay, wir klauen uns auch jetzt. Oh, doch. Was? Hallo, das war ein Heavy! Ah, ein G36. Komm jetzt an. Na, wo seid ihr Pussys? Oh. Ich muss gleich wieder wechseln. Bei Muni und so. Oh. Was war? Kettel. Wir wollen einfach kein Schaden, ist das? Wo war der andere? Nein, keine Muni mehr. Hier. Ha, ha, ha. Ah. Uns hat was angeschossen. Ah, da. Ah. Friss Blei. Pissarsch. Trigger happy. Ach, G36. Hallo? Mitnehmen. Zielsicherer. Hier kommen wir nicht. Doch, hier kommen wir raus. Kate. 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 Ruhig. Effi, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das. Das ist Merk, er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenke die Cops ab und komm später nach, okay? Ganz schlechter Plan. Oh nein. Ich konnte sie nicht stoppen. Sie haben Kate. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Merk, ich hole jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts weg. Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein, nicht bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Niemals, Merk. Versprochen. Danke, Claire. Nein, wir lassen die Verzweiflung nicht gewinnen. Die Scherbe. Nein, nicht überspringen. Das sieht aus wie die Zitadelle aus Half-Life 2. Da jemand geklaut hat. Da kommen wir nicht lang. Also runter hier. Da oben war eine rote Tür. Ja, okay. Okay, okay, okay. Hey. Da kommen wir nicht lang. Und da kommen wir. Wie kommen wir da hin? So kommen wir da hin. Hä? Ach, hier kann man doch laufen. Na, okay. Ja. Das klappt ja schon wieder wunderbar. Guten Tag. Da wollen wir aber gar nicht mehr dran jetzt. Hier wollen wir lang. Guten Tag. Warte, woanders auszeichnen. Wir wollen das Ding anscheinend zumachen. Genau. Was machen wir hier, Partner? Ah, wir fluten alles mit Gas. Okay. Wow. Äh. Hallo? Leicht und fern. Aber auch nur leicht. Wir verstecken uns einfach mal. Klappt das? Ich land. Oho. Ja. Können wir das mal wieder zudrehen? Nein. Egal. Tür ist auf. Was? Nein. Nein. Nein, nicht wieder wegschmerzen. Was? Wo ist denn noch einer? Leer. Hallo? Quatsch. Bam. Oho. 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 Ob das so richtig ist, wenn ich die Alu umnatze. Egoi. Fahrstuhl. Schmeißt das Ding nicht weg. Manchmal empfinde ich die KI oder die, was weiß ich, für total bekloppt. Wer schmeißt eine MG weg? Bum. Kommt her. Sicherheitsfirma, wir brechen in eine Sicherheitsfirma. Okay. Was? Au. Aua. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind vom PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope hat sich rausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Robe Burn? Ja. Sie hatten Recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Pope's Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Die wollen mich jetzt verarschen. Tür geht auf und ich werde erschossen. Ist klar. Okay. Ich gehe aufs Dach. Ich hab's. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wo geht's denn hier? Aua. Die schießen noch nicht. Ich bin gut. Was? Ja.